Hallo, es kommt mir bei Düsseldorf Dortmund L, ich werde es auch auf WhatsApp zeigen, dann guckst du auf jeden Fall, um was es geht, um diesen Video, und ich muss ein bisschen Werbung für mich machen, ja, vielleicht habt ihr es mal mitbekommen, dass ich ja hier Rollibasketball gemacht habe, und in Dortmund Landessieger wohnt, und somit mein Mannschaft nach Berlin fährt, von 7. bis zum 11.12. hier. Davon gibt es ja auch ein extra Video, wo ich das zeige, ja, ich werde jetzt gerne Werbung davon machen, dieses Video werde ich in der Videobefreiung verlinken, wo dieses Video zu hören gibt, nicht wundern, da sind Bluten, deswegen habe ich einen Schatten durch in der Nase, und deswegen kann man mich vielleicht nicht ganz so gut hören, das steht übrigens aus China, und ja, ja, Das war eben kurz das Info, und ihr könnt dann uns mal sehen, meine Mannschaft ist Bad Buchau, das nur als Info, wer von denen werde ich jetzt nicht sagen, aber ich kann nur sagen, ich bin in der Mannschaft von Bad Buchau, die halt eben Sieger wurde, mich kann man da tatsächlich auch sehen, aber, ja, ich werde auf jeden Fall das Video verlinken, und das war es auch wieder mit diesem Video, so, bis dann, bis morgen.